Herzlich Willkommen Jungs und Mädels zu Star Trek Online Jetzt besoffen Oh, ich schneid's ja nie gerne so viel Toll Äh, Kadett? Nee, neuer Charakter Ja, das ist einer von meinen Das ist eine gute Spiele So war ja Ich passte mir ne Dunkel Elfe Was? Ja, weil du gesagt hast, ich passte mir ne Dunkel Elfe Das ist schon total geil Ja, natürlich passte ich mir ne Dunkel Elfe Naja, muss auch sagen Das sind die Leute bestimmt total cool Ich glaub nicht, dass ich Viele Leute ne Dunkel Elfe basteln Äh, ich bin eine der wenigen Also Huma Simpson hab ich ein paar mal gesehen Im Spiel auf PC Basis Ja Richtig mit weißem Hemd und der Optik und gelb und so Also wirklich Huma Simpson Ja Wie ihn dir vorstellen würdest Äh, wissenschaftlich offizierter Sternenflotte Ja genau Das ist deine Klasse Klar ist das meine Klasse Wissenschaftler Äh, was denn das? Wo ist denn der Rest? Abgespeckt in der Sony Konsole Äh, von der Einstellung her, wo der Rest ist Ja, deswegen ja Abgespeckt Ach Gottchen, ist das kompliziert Ja Ja, ne, wo sind denn die Regler? Was? Färbung Äh Kopf, warte mal Körper Echt, nur die Größe? Das ist halt Konsole Kannst ja halt nicht davon ausgehen, dass das übelst Ja, so krieg ich doch keine Dunkel-Elfe zurecht gebastelt Wie komm ich denn auf die Regler? Das machst du mich? Ja Ist ihr das Hardtrack-Experte? Keine Ahnung Ich bin Experte in der Mechanik Nicht in der Bedienung auf Trotz-Sohle Ja, rüber? Ja, nee, hier guck Guck mal, ich geh weiter Ja Alfa, Alfa, X drück Da guckst du da rüber ins Video hin Ja, toll Für Dumme müsstest dran stehen Hahahaha Oh geil Ha, dicke Masse des Oberkörpers Das ist jetzt eine dicke Dunkel-Elfe oder was? Ach, Faxen Was? Alles Faxen Oberkörperlänge Bisschen weniger Oh, Schulterbreite Masse der Skulpturen Das hab ich nie verstanden Oberweite Oberweite immer drei Viertel bis Maximum Oh, warte mal Ja, sieht gut aus Möpse 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 Brusttiefe Möpse 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 Tan Möpse Möось Möpse Möpse Ah, zu den Beinen kommen wir noch. Achso, okay. Das ist ja gar kein Sinn. Was? Was? Ach. Oh, mein Gesilz hörst du wahrscheinlich trotzdem, aber du spielst immer ohne Ton. Ah. Ich brauche keinen Ton. Äh, Kopf. X. Kategorie, Humanoid. Naja, das ist deine Meinung. Ach. Äh. Bleiben wir bei Humanoid. Farbe. Welche beinst du denn jetzt gerade? Gucken wir mal nach. Ach, die Körperfarbe. Äh. Ja, rüber, da, rüber, los, beweg dich. Mehr habe ich nicht. Äh. Naja. Ja. Ja. Will ich. Wie, äh. Hier. Ja. Achso. Allgemeines Muster. Allgemeines Muster. Allgemeines Muster. Allgemeines Muster. Was haben wir da? Ja, ne, ist klar. Make-up Lippenstift. Ja, genau. Äh. Das da. Gut. Farbe. Wie, Farbe? Naja. Mal gucken, was passiert. Ach, Lippenstift. Achso. Äh. Ja, ne. Nicht roh. Äh. Nicht roh. Nicht da, da, da. Das habe ich auf PC nicht hinbekommen, Alter. Ich kriege die Lippen. Ich weiß. Ja, das ist so blau. Fuck. Äh. Störndetail ist vollkommen Latte, weil wir wollen ja eine Frisur. Nasendetail. Nase. Äh. Nase. 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 Kein. Kein ist immer gut. So. Ohren. Genau. Wir haben ja, wir wollen ja. Ja. Wir bauen uns ne Dunkel-Elfe. Wo sind sie denn? Nee. Wir bauen uns ne Dunkel-Elfe und kein Gremlin. Das ist wichtig. Piss. Ja. Oh Gott. Ah. Tellarie 3 ist schon mal gut. Können wir ja alles noch ändern. Ah. Ja. Ja. Äh. Oberkörper, Blau und Blub allgemeine. Ja. Nee. Da basteln wir schon mal gar nicht dran. Wäre das Gesicht nicht verändern. Wo sind denn, wo sind denn, wo sind denn Haare? Haare? Ja, ich auch nicht. Äh. Ja, ich auch nicht. Äh. Ah so. Haare. Genau. Haare. Ja. Keine Bilder. Doch Bilder. Wo ist denn der Rest? Na ja. Muss man halt mit leben. Oh. Oh. Ja. Jetzt nicht mehr, ja. Oh, so ein bisschen. Okay. Nehmen wir das hier. Oh. Uniform. Ja, weiß ich. Deswegen mach ich es ja gerade. Oh Gott. Diese Einschränkungen. Nein, ernsthaft. Wieso hat das Ding denn keine Haare mehr? Habe ich doch ausgewählt. Habe ich dir doch gerade gesagt, eben nicht. Weil du zweimal X gedrückt hast. Ach, Fick dich. So, X. Genau, jetzt auf die Haare und dann nochmal X und dann gehst du mit Kreis wieder raus. X. Genau, und jetzt mit Kreis wieder raus. Gut. Davon abgesehen, die Fresse gefällt mir aber absolut nicht, Alter. Färbung, Augen. X. Hautfarbe, Augenfarbe, Augenfarbe. Schneller. Gib Gas. Tu mal so, als ob du ne Rakete wärst. Das kann doch Rakete sein. Lästlich. Alter, du Lahmarsch. Fick dich. Zack. Rote Kulpen. Ey, ich will noch einen runter. Ja, da will ich hin. Haarfarbe. 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 Haarfarbe, weiß ist immer gut. Aber nicht das weiß. Ich will ein anderes weiß. So, mit X tue ich genau. Ich will Platin. Oh, wie komm ich denn zur Fresse zurück. Der Kreis. Haarfarbe. Ja, Kopf und da oben. Ja, genau. Das ist eigentlich immer noch. Gib Schubrakete. Ah, da ist es. X. So, Make-up, Lippenstift. Fick dich. Ja, das ist dein Geschmack. Flecken. Ach, Flecken ist Dings. Stimmt. Guck mal, schön gemustert. Für den Arsch 250. Na, nicht? Für den Arsch 250. Ja. Füllfarbe. Genau, Füllfarbe. X. So, fick dich. Oh, Dunkel 11. Ne? Ja. Oh. Äh, Kreis? Ne. Ach, wir wollen doch nicht an den Haaren basteln. Warte mal, erstmal nochmal hier Uniform, ne? Ja. X. So, was wollen wir denn? Wo ist denn der Rest? Wie, Rest? Gibt's da noch mehr? Auf PC, ja, aber... Ja, ne, wo ist denn der Rest? Ja, ne, echt? Wo ist denn der Rest? Ja, ne. Echt? Wo ist denn der Rest? Ja, hallo? Ich hätt gern den Rest. Kein Rest. Das heißt, was dir gefällt, tust du einmal X und gehst mit dem Kreis wieder raus. Nein, Farben und, 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 und Optik und Einstellungen und so. Doch, oben, über den Triggern. Erweitert. So, schön. Sierra 4. Ja. Ne, mein Gott, Charaktererstellung. Das wird gut. Oh, dann wollen wir mal. Wo haben wir's denn? Wo ist denn der Rest? Ja, ha, ha, man frag doch mal. Wo ist denn der Rest? Ah, noch gar nicht. Ach, stimmt ja. Ja, Sierra, offen und so. Das ist ja noch gar nicht freigeschaltet. Ja, wie denn? Alter, wenn ich's noch nicht groß gespielt habe. Ich wusste gar nicht, dass so viel möglich ist. Du überraschst mich gerade. Naja, ich bin, ich spiele das schon seit ein paar Jahren. So, von daher, äh, wo ist denn der Rest? Ha, 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 ha. Ja. Sierra, Sierra. 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 Odisseen. Standard. Wieso sollen wir ein bisschen mit dabei? Äh, von vor drei Jahren? Boah. Drei Jahre spielst du denn schon, ey. Ja, ja, Sierra 4 ist gut. So. Sierra 4, Färbung. So. So, dann nur drei. Äh. Warte mal. Nicht glänzend matt. Hände. Hände, Hände. Die Pfoten. Wir hätten gerne... Ne, hätten wir nicht, weil mir fehlt ja noch die Dings. Ach, Rang Feenrich. Ja, ist logisch. Wir haben ja gerade erst angefangen. Farbe. Ach. Warte. Hä? Hä? Also nicht der Kommunikator, sondern die Dings. Alles klar. Ja. Naja, die, die Abzeichen, die sie normalerweise auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Kragen haben. Okay. Die Knöpfe, die da hängen. Du siehst aber gerade nicht, weil Jahre drüber sind. Ah. Okay. War es doch hier? Die Rangabzeichen, die sie auf dem Kragen haben. Hä? Schulterliezen. Ne, nicht Schulter. Wirklich die, die Knöpfe, die sie auf dem Kragen haben. Ah. Für die Rangabzeichen. Okay. Jetzt in dem Moment, über dem Mops. Über dem Mops? Ja. Ja. Über dem linken Mops. Ja. Ist ein Streifen. Ja. Ne? Ja. So. Das ist das Rangabzeichen. Ja. Dieser eine komische Balken, der da hängt. Ja. Die Farbe von diesen Balken habe ich gerade verändert. Ah. So. Achte mal drauf. Pass mal auf. Jetzt ist er, jetzt ist er Bronze, ne? Jetzt ändert sich trotzdem die Farbe. Ne? Je nachdem, wo ich es hinstelle. Was, was ich meine, ne? Ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ne? Wie gesagt. Menge möglich. Hehehe. Oh. Abzeichen. Kommando Abzeichen. Ach, die sind ja auch noch nicht frei. Egal. 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 Oh. Ach Gottchen. Hehehehe. Ach Gottchen. Ja, ja. Gucke mal. Abzeichen verändert sich hier. Da, da, da. Ja. Ja, ich sehe. Ich sehe. Ne? Ja. Odyssee ist nett. Ich hätte gerne, ich hätte, naja, ist ja nicht da wahrscheinlich. Aber wir gucken mal nach. Äh. Ja. Dann müssen wir halt mit Odyssee leben. Äh. Farbe. Farbe. Halt. Farbe, Farbe, auch Bronze. Immer Bronze. Wir lieben Bronze. Wir mögen Bronze. Oh. Hose eng. Ah, Röcke. Röcke. Ja klar, Röcke ist ja eine Frau. Es gibt Röcke? Natürlich. Krasse Kacke. So. Farbe. Stiefelkampf. Stiefelkampf. Du bist auch im Stiefelkampf, Alter. Ach. Odyssee. Stiefelkampf. Stiefelkampf. Langgefüttert. Wo ist denn der Rest? Stimmt's nicht. Freigeschaltet. Ne. Das wird wahrscheinlich dein Liebling zu machen, Alter. Ist nicht freigeschaltet. Ja. Das ist doch voll wenig. Gibt's doch vielleicht sogar Overline Stiefel? Alter. Mein Charakter. Mein Hauptchar. Hat Stiefel. Das sind richtige Nuttenstiefel. Die gehen bis hier hin. Die meine ich ja gerade. Overline Stiefel heißen die. Ja. Nuttenstiefel halt. Die Vögel. Füttert. Ich war mal in den ganzen Sexshops, um diese Stiefel zu kriegen. Also wie schwierig das war. Knie hoch. Gibt's nicht. Nehmen wir Odyssee. Wenn's nichts gibt's. Immer Odyssee. Oh. Unten. Sierra Rock. Interessant, dass es trotzdem ne Hose anhat. Ach ne. Das sind Socken. Nein. Strumpfhose. Ja. Das ist so ne Socke. Ja. Diese komischen Dinger. Die ersten Strumpfhose. Die heißen die weg. Das ist ne Strumpfhose. Also ne Socke. Ja. Christine hat mir das auch. Die heißen was anders. Das sind keine Strumpfhosen mehr. Die heißen was anders. Keine Ahnung. Werden die heißen. Die kriechen die weg. Hahaha. Ja. Material glänzend. Material glänzend. Du glänzt dir auch rein. Matt. Wir wollen nix glänzendes. Glänzend ist immer schlecht im Kampf. Das sieht der Feind. Das sieht der Feind. Das sieht der Feind. Ja ja. Gürtel. 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 Orsi. Ach. Ja daran basteln wir noch. Gürtel. Gürtel. Ja die Einstellungen sind leicht anders als im PC. Oh. Wir wollen trotzdem einen anderen Rock. Ja Rock ist scheiße. Oh. Unten. Genau unten Sierra 1. Sierra 2. Ach. Was da alles fehlt. Ja. Leben wir erstmal damit. Wir müssen erstmal das Tutorial überstehen. Oh. Fick dich. 3,50. Äh. Wie komm ich denn auf Continue? Achso. Da. Zurück. Zurück. Nein. Abbrechen. Nee. Warte mal. Bestätigen. Abbrechen. Ach da. Ja. Ja. Jetzt drückst du einmal X und dann kannst du es da reingeben. Ach so. Ach so. Äh. Ach so. Äh. Hoffentlich passt das rein. Äh. Ja. Boah. Boah. Ich stoße krass. Was ist das denn? Ich will nicht. Ich zeig euch ein Ultruss. gesehen ein colorpony fisch ist ein seepferd ja colorpony fisch obwohl ich meine dass es zu anfang mit a geschrieben wird aber ich will jetzt nicht alles noch mal eingehen naja colorpony fisch lässt sich aber alles noch ändern der captain name nicht aber stimmt der captain name lässt sich nicht ändern fresse mit au nebelkraut du bist da noch mal echt go es ist hier sieht auch scheiße aus schreiben wir es mit k natürlich hast eine wahl ja genau colorpony jetzt sieht es gut aus colorpony so muss das optisch sein Color Pony Color Pony Fisch so muss es optisch aussehen so gefällt mir das Color Pony Fisch fertig jetzt hast du abholt, jetzt ist es zu spät Vorname 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 ganz simpel Color oder was? ja genau und wie nennst du das Schiff? ach da gibt es viele Varianten Color zweiter Vorname genau oh nein Hammer äh ne das ist falsch Quadrat? das ist ne 0 das ist kein O Vorname Vorname ja wenn schon denn schon krass als ob ich mir keine Mühe bei so ner Scheiße geben würde jetzt mal ernsthaft wenn es um dritte geht alter gebe ich mir echt Mühe Fisch Color Pony Fisch drei Namen drei Felder oh äh du weißt schon dass das Ding mit dem Internet verbunden ist mit meiner richtigen Adresse und sogar mit meinem Bankkonto ja selber schuld wenn du an Bankkonto angibst oh ne USS das erste Schiff USS äh boah ist das erste Schiff immer ja fett ja auch grad auf Alter fliegst du mit dem Schiff mit deinem Hauptcharakter und durch die Gegend was zum Beispiel Toplarone heißt oder ähm Schamlippenkrempelpilz was das gibt's ja so kannst du benennen was machst du denn da aber warum wusste nicht ok USS Sakarata Energie so fick dich auf